Ja, wir sind wieder zurück. Ich bin gestorben, Dennis ist gestorben, Norbert ist in Elektro und hat Waffen. Und hier ist ein wunderbarer Regenbogen, das ist die Persönung der Spiele. Das ist schön, dass wir, wir sind beide, nachdem wir gestorben waren, jetzt ohne Sheeten oder sonst was, wieder bei Elektro gespawnt. Genau. Ich und ich, das heißt, wir laufen jetzt in die Stadt rein und treffen uns mit Norbert, der uns dann mit Waffen versorgt. Der ist dann unser Q, wenn es bei ihm nicht ruckelt, bei ihm ruckelt es nämlich gerade. Der hat nämlich gerade den übelsten Leck. Ich weiß gerade gar nicht, wovon Elektro ich bin. Oh, da ist auch schon wieder ein Zombie. Och, komm, bitte, Leute. Okay, scheiße, bei Norbert ruckelt es gerade. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn er jetzt irgendwie die Verbindung verliert, wird er ja trotzdem wieder da erscheinen, wo er jetzt ist. Er ist jetzt in der Kirche, in Elektro. Ich weiß aber gerade gar nicht, wovon Elektro ich bin. Ja, musst du mal ein bisschen suchen. Ich bleib in der Ecke liegen. Genau, bleib da erstmal liegen. Und pass auf den Eingang vor allen Dingen auf, weil es kann ja sein, dass noch andere Leute die Kirche schön finden und da hinwollen. Ist das hier unsere Tankstelle? Ich bin an der Tankstelle. Ich bin wieder auf dieser Scheißseite. Ich weiß es nicht. Ich bin auf der Westseite von Elektro und laufe da jetzt gerade die Hauptstraße rein. Ja, ich bin auch westlich davon. An der Tankstelle. Okay, ich bin schon in Elektro. Also, ich bin dir so ein paar hundert Meter voraus quasi. Ja. Ich habe auch schon wieder Zombies. Ja, dann ist ja alles okay. Ich laufe jetzt mal zu Norbert, der hat ja genug Waffen, um uns alle zu verteidigen. Also, ich lege all mein Vertrauen in Norbert. Ja, Norbert schießt. Norbert schießt, ja. Wo genau bist du eigentlich? Norbert ist in der Kirche in Elektro. Da gibt es nur eine. Die große. An der Hauptstraße. An der Hauptstraße. Wenn du von Westen reinkommst. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich war da schon fünf, sechs Mal drin mittlerweile. Okay, du kennst dich aus. Sehr schön. Ja. Und da bin ich immer die Zombies los geworden. Okay. Das war, wo ich vorhin gesagt habe, für euch ist es jetzt schon zwei Wochen her oder so. Zwei Wochen. Nee, passt das nicht mehr weit. Sorry, sorry. Wo die alles rumgewackelt sind. Ja. Das ist aber ziemlich cool, weil in der Kirche ist die beste Zufluchtsort. Auf jeden Fall. Das ist die Zuflucht Nummer eins. Ich habe mal kurz eine Sache an Dennis. Dennis, du kannst jetzt gleich um die Lose werden. Zeige ich dir mal. Ja. Geh mal in dieses Gebäude. Da ist ein Zaun von vorne. Und an den Turm hoch. Da kommst du. Also du musst jetzt von rechts rein, weil die ist überall in einem Zaun. Du musst an dem grünen Häuschen da vorbei. Ich sehe es. Oh, hier ist ein Huhn. Ich habe einen Huhn. Ich habe eine Axt gefunden. Super. Sehr gut. Ich habe auch noch eine über, wenn ihr braucht. Ich bin nicht der einzige Dove ohne Waffe, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Oh, da drüben war ich gar nicht. Dringel fällt mir gerade auf. Wo? Da gerade zu war. Aber gehen wir jetzt nach links in den Turm. Da kommst du jetzt nämlich nicht so reinkommst. Oder doch? Du meinst jetzt hier hoch? Ja, geh hoch. Geh mal hoch. Ja, geh mal hoch. Alle rum. Ah, hier ist eine Kanone. Boah, perfekt. Ich habe eine Pistole gefunden. Aber du musst dich beeilen, weil die kommen da auch hoch. Ja, ich weiß. Ich sammle die jetzt ein. M9 ist nicht so toll. Da drüben bist du. Genau. So, nachladen, nachladen, nachladen. So, wie komme ich denn jetzt am besten ungesehen in die Stadt rein? Äh, musst du gar nicht. Lauf einfach rein. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wieder einmal hoch. Nach ganz nach oben kommen die nicht. Ich habe ihn ja auch ins Bein geschossen. Ist ja kein Wunder, dass er sich hinlegt. Warum verschwinden? Die haben die Angst, oder was? Die haben Angst vor mir. Weil ich so toll bin. Also, ich laufe jetzt da außen erstmal so ein bisschen rum, damit ich nicht ganz durch die Stadt... Vielleicht komme ich so ein bisschen ohne alle Zombies anzutrücken zu euch. Ja, ja, versuch das. Versuch das. Also, ich bin in der Feuerwache. Na, jetzt hat er mich gesehen. Okay, ich renne. Ich komme schnell zu euch mit vielen Zombies. Ja, mach das. Mach das. Das ist vielleicht auch besser so. So, ich habe jetzt schon mein erstes Magazin hier halb leer geschossen. Ich gucke mal noch weiter oben. Ich habe noch ganz viele Magazine hier rum. Hier sind nur Chemlights. Die brauche ich jetzt leider nicht. Oh, ich fall hier schon wieder runter. So, Norbert, du bist immer noch in der Kirche. Ich sammle hier immer noch fleißig Sachen. Ah, guck mal, was hier liegt. Ja. Yes. Ja, aber wir haben keine Munition dafür. Ist egal, ich habe hier, wie gesagt... Ich habe ein Scharfschützengewehr gefunden, beziehungsweise ein Sturmgewehr. Und fühle mich jetzt gerade leider viel zu stark. Die Frage ist, habe ich dafür Munition? Wie wechsle ich denn die Waffe? Kannst du mir das mal... Achso, doch, ich muss... Ahso, okay. Soll ich auf den Bus warten? Äh, einfach ins Nichts zeigen... Oh, ich weiß, jetzt habe ich einen Stahlbolzen bekommen für die Armbrust. Soll ich die Armbrust lieber mitnehmen? Na, ein Schuss bringt einfach mal nichts für die Armbrust. Ja, okay. Du hast es mit dem Scharfschützengewehr... Oh, die werden uns jetzt alle in den Kommentaren so hassen, weil wir die Armbrust liegen lassen, weil das die beste Waffe ist. Das ist einfach mal die beste Waffe, ja. Na gut, aber ich habe keine Munition für das Ding. Also ich lasse die jetzt hier oben liegen. Ich nehme die Armbrust mit. Doch, ich... Ihr müsst auch bei der Küche auffassen, die laufen auch überall Zombies durch die Gegend. So, Leute, also hasst mich jetzt, weil das ist auch eine geile Waffe, aber ich nehme die Armbrust mit, weil ich keine Munition für das Ding habe und für die Armbrust habe ich Munition. Also ich... So Norbert hat welche. Dann nehme ich das erstmal schon auf. Ich nehme den Bolzen. Na, wir können das Scharfschützengewehr später zurückholen. Das ist ganz oben im Turm in der Feuerwache. Direkt neben mir. Wir werden das dann nochmal aus. Krücher. Wo sitzt der Bolzen? Oder hast du... So, ich wechsle aber wieder zur Pistole, weil ich jetzt ja gerade keinen Bolzen habe, auch wenn das Modell... Das ist so eine Axt und ein Benzinkanister, aber ich habe nicht die Zeit, den aufzunehmen. Okay. In so einem kleinen Schuppen. Ja, gut. Du hast ja wieder Zombies hinter dir, ne? Ja, ich versuche immer schon durch Gebäude zu laufen, um ein paar wieder abzuhängen. Du machst das gut. So, ich bin jetzt in der... Ich laufe jetzt weiter Richtung Kirche. Versuche ich zumindest. Ja, also in den Kirchturm auch schon. Aber ich möchte euch nochmal warnen. Also nicht, dass ihr denkt, Elektro wäre smoother als Scherno. Elektro ist eigentlich bekannt als die schlimmere PvP-Stadt. Also hier wird man eher erschossen normalerweise. Achso, naja. Ist jetzt auch egal. Das ist nur so am Rande. Also nicht, dass ihr euch jetzt sicher fühlt. Sag aber Bescheid, wenn ihr reinkommt. Ich schieße jetzt auf jeden, der hier... Das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich sage dir Bescheid. Ich muss erst mal wieder... Oh, scheiße. Wie komme ich jetzt hier wieder raus aus dem Grundstück? Nur seitlich. Da, ich sehe dich. Guck mal, da. Ach, Besuch. Das ist deine Zombies. Ja, meine Zombies. Soll ich jetzt alle abknallen, wenn die reinkommen? Oder wie schilder ich das? Äh, naja, äh, musst du ja. Das wird nicht gehen. Also wir versuchen jetzt... Ähm, ne, ne, ne. Ich versuch mal noch ein anderes Gebäude. Ich lebe ich eigentlich was zu trinken. Ich lauf zum Supermarkt. Was? Oh, fuck. Äh, soll ich reinkommen? Ne, geht da nicht. Norbert ist lieber sicher als mit Freunden. Oh nein, jetzt kommen die alle auf mich zugerannt hier drinnen. Ja, komm. Aber ich habe sie vorbeigelockt eigentlich. Ah, hier ist das Krankenhaus. Du hast das Krankenhaus gefunden. Gut. Ja. Guck mal, Norbert, du kriegst die doch gut nacheinander weg. Ah, hier ist niemand. Ich kann ins Krankenhaus rein. Hier ist gerade niemand. Okay, mach das. Äh, wo ist denn die scheiß Kirche? Ich sehe die gerade gar nicht. Warum komme ich nicht in das Krankenhaus rein? Scheiße, hier ist ein Zelt, Leute. Ich weiß nicht, ob das Deko ist. Aber ich konnte das... Irgendwas hat mich gerade gehittet. Scheiße, wie mache ich? Achso, hä? Guck mal, ich habe plötzlich so ein... Ach, weil ich nichts getrunken habe. Deshalb. Es kann sein, dass es daran... Ne, du wirst angeschossen, glaube ich. Du wirst... Du wirst, glaube ich, gerade beschossen. Oh, ich weiß nicht, woher. Scheiße. Stell dir vor der Tür, sind nur Zombies. Ich komme mal... Oh, hier ist jemand auf der Straße. Bist du das, Nick? Ne, ja, auf der Straße. Richtung Kirche läufst du? Richtung Kirche... Direkt hinter dir. Komm, Norbert, wir kommen jetzt rein, ne? Mach dir keine Sorgen. Ich kann nichts machen, ich bin gar nicht tot. Scheiße, scheiße, scheiße. Wusst du denn? Ich sehe dich gar nicht. Er liegt hinten. Er liegt hinten am Altar. Dir ist noch ein Zombie, hilf ich... Oh, man. Ach, dein ist noch ein Zombie. Fuck, was mache ich denn jetzt? Ich... Norbert, alles gut. Alles gut, wir beschützen dich. Ach, das sind Bienen. Das ist... Wie nutze ich denn, ähm... Ich bin getrinkt. Wie mache ich denn das? Drink. Einfach drink. Scheiße, die sterben nicht. Die wollen nicht sterben. Ah doch, wir laufen. Ich kann jetzt nicht, wenn du da schießt, mit der Axt hinlaufen. Naja, ich höre ja auf zu schießen, sobald... Boah, scheiße, sind das viele. Ach, scheiße, keine Muni mehr. Aber wieso kippen die ja nicht um? Ich sag doch, die scheiß Waffe ist Mist. Ah, ich blute schnell. Wir müssen das schnell machen. Ich blute. Ja... Also ich meine, da hinten ist das Krankenhaus. Das ist direkt in der Nähe, Gott sei Dank, aber... Wie nutze ich denn so eine Munition wieder aus? Was meinst du mit Munition? Wie ich das mache. Nun stirb! Normalerweise mit R. Also das ist nur, glaube ich, nicht die Munition für deine Waffe, oder? So. Na, sonst... So, sind alle tot. Alle sind tot. Okay, komm. Vorsichtig, komm da neue rein, aber erst mal muss ich, äh, äh... Ich habe keine Muni mehr. Warte, ich habe noch eine, äh, wie mache ich das? Ich muss mich kurz bandagieren und dann kann ich die... Wie viele Zombies kommen denn da? Ach, die hören die Schüsse sicherlich, ne? Ich habe Axt und sonst was gedroppt. Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Oh, scheiße. Diese... Die Bedienung, die Bedienung, oh Gott. Okay, jetzt habe ich auch eine Axt angelegt. Oh, der hat mich umgehauen. Ach, scheiße. Ich, ich wechsle zur Axt. Ich muss sie noch nachladen. Oh, ist das spannend. Oh, die fress mich. Ich blute, ich blute. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ah, ich, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, jetzt muss ich... Lass mich, äh, jetzt bin ich tot. Tut mir leid, ich, ich treffe die ja gar nicht. Ne, du hast mich getroffen. Ja, ist mir schon klar, Nick, dass das schwierig ist, wenn du direkt unter den Zombies liegst. Ja, ich weiß. Ich wollte dich nicht treffen. So, hattest du irgendwas dabei, dann... Äh, eine Axt und noch eine Bandage, ne? Oh, das ist jetzt schade. Das ist schade, willst du, wo wir uns gerade wieder alle gefunden hatten. Norbert, äh, wie geht's dir? Oh, du siehst nicht gut aus. Ich, ähm, werde gleich mal mich zum Aufmachen zum Dings, zum Krankenhaus. Genau. Ach, scheiße, da kommen noch mehr. Ja, die hören die Schüsse. Schüsse, ich finde, also, wenn man nicht super ausgestattet ist, ist es einfach mal... Schießen eigentlich eine dumme Idee, ja. Richtig. Ja, aber gut, wir hatten jetzt keine andere Wahl. Also, mit der Axt hätten wir die 20 Zombies hier nicht gekriegt. Ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt machen? Lass mich nicht tot. Scheiße. Okay. Aber es ist gut, wir haben lauter Waffen hier in dem... Ja, mir geht's noch ganz gut. Ich, ähm... Ich schute jetzt mal die Zombies. Bist du echt tot? Mhm. Bist du noch gar nicht tot? Ja, was soll ich? Ich kann dir... Hast du noch eine Bandage? Hast du noch eine Bandage? Ja. Ja, was? Ist er nun tot oder ist er nicht tot? Ja, er ist tot. Er ist tot. Das sieht aber echt lustig aus. Ja, ich schaffst uns deinen Füß. Okay, ich sammel alles... Ach, nee, ich kann ja deinen... So. Ähm. Ja, und ich hab auch ganz viel Verbandzeug hinten drinne gehabt. Okay, ähm... His name was Tichotifa. The Pierce, he died from... Punkt, Punkt, Punkt. Oh, nein, ey. Jetzt ist die gerade aufgerüstet. Beim Laden, ich muss das mal beenden. Nein, nein. Nimm mehr, als ich hatte. Alles, was ich... Ach, das war AK-Munition. Deshalb kann ich das nicht nehmen. Aber stand bei mir da, meine Waffe... Und diese Magazine hier sind... Ja, und bei mir ist sowieso gerade die Fraps-Aufnahme schon abgerissen. Weil ich... Genau, bis dann. Ciao, ciao.